hallo und herzlich willkommen ich bin der ricardo und willkommen zu einem neuen ich bin natürlich ein mädchen habe oberhaare habe nen blauen bart golden braune augen und habe ein grünes gesicht und die kleidung ist mir eigentlich ziemlich egal egal und wir spielen auf normal das geld auf den tod fallen da ich und weg mit ganz andere und ja diesen charakter erstellen jetzt wir nennen uns jetzt aber so wie ich im rieland auch heiße ich heiße nämlich im free live das wissen viele vielleicht nicht ja mit und t schreibt man beides groß so heiße ich immer wieder und so spielen jetzt dann erstellen wir eine welt wir machen die mittel und ja wenn wir uns auch dabei schon angetippt ich hab's total vergessen wenn denn sie ja okay jetzt heißt die welt warum nicht meine schwester schaut mich gerade entsetzt an und ich bin oben rechts sieht man meine herz und das ist meine magie meine mana dann und links oben sieht man halt mein inventar das ist mein haupt den winter wo ich zwischen den waffen und den blöcken und alles wechseln kann und ja was kann ich zu terraria sagen es ist zweidimensional es ist episch es gibt viele verschiedene bosse es ist ein chilliges spiel und man kann sogar sehr geile sachen bauen auch wenn es nur zweidimensional ist man kann die übelst krassen waffen haben es gibt über 1000 monster ja also es ist nicht klein das spiel und ich werde mit meiner kleinen schwester jetzt erst mal so einen kleinen start machen so ein paar folgen aufnehmen und schauen ja einfach schauen ob es auch spaß macht wenn das let's play uns beiden spaß macht mir meine kleine schwester dann werden wir das öfter bringen und da ist sie auch schon wie gesagt sie ist oben warte sie ist unten sie ist unten und ich bin oben vielleicht ist es scheiße aus ist mir ein bisschen ich wollte einfach mal was neues ausprobieren und ja wenn euch das neue let's play gefällt dann bewertet es doch mit einem daumen nach oben wenn es euch nicht gefällt dann geht den daumen nach unten wenn ihr nicht böse und aber begründet es dann weil ich will natürlich auch wissen was euch daran nicht gefallen hat weil vielleicht kann ich so verbessern und dann irgendwann haben wir eine community die perfekt ist perfekt oh nice wir haben gleich eine kiste gefunden gleich mitnehmen instant nice ich kann mir keine fackel bauen vielleicht für euch für ein bisschen unten ja dunkel aber das gute ist ja ich kann so einem split screen dass ihr einfach auf den bildschirm von larissa schauen könnt ich kann nicht äh sie ist hier drinnen ähm ich kann sie nicht machen du kannst dir schon mal einen ort suchen wo wir bauen können oh bau das eisen da ab ich meinst du die schmetterlinge die können wir uns dann einfangen und da können wir den zimmer bauen wo wir gehen können wir da ein zimmer bauen weil da sind voll viele aber sie können doch da wieder hinlaufen ricardo hier ist flieglich guck mal da sind echt fliegler ich war kalt wir waren da oben ok da oben ist chilliger wow chill als slime oh man der hat licht gemacht nein nicht du äh nein er drückt mich einfach immer wieder rein ein dass er weiß dass er brainwärte ein das ist ein 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 Da ist so ein super Hardcore-Slime, deswegen bin ich gerade etwas ruhiger. Geh halt weg! Mann! Weil ich muss mich gerade etwas konzentrieren. Okay, ich bin im Eisbium. Oh Gott. Es ist ziemlich dunkel gerade bei mir. Ziemlich dunkel. Oh, nice Gold-Truhe. Wow. Hier geht es tief nach unten. Alter. Ah, jetzt verstehe ich. Oh, ich baue die Bäume da ab. Okay. Die könnten nützlich werden. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sterben lassen soll. Was bist du? Was seid ihr? Oh Gott. Hier gibt es einfach so viel. Ähm, das ist das Handwerk. Ich kann ja mein Inventar mal öffnen. Was? Oh Gott. Oh Gott. Und ich habe viel Holz. Ja. Also die ersten Folgen werden aus Farben bestehen. Natürlich nicht nur Farben, sondern auch Hausbau. Aber hauptsächlich aus Farben. Ähm, äh. Erde oder Glas? Äh, Holz. Ähm. Nicht! Nicht! Warum? Was ist? Weil, wenn man sie nicht angreift, passiert auch nichts. Äh, doch. Dann fällen wir die ganzen Bäume hier alle. Okay. Und dann auf dieser Holzhöhe. Dann machen wir's. Ähm, ja. Dann beende... Dann beende ich jetzt auch schon das Video. Ähm. Das war's mit der ersten Folge. Und... Tschüss! Tschüss!